61 Ordinalzahlen Der erste Monat ist der Januar. Der zweite Monat ist der Februar. Der dritte Monat ist der März. Der dritte Monat ist der März. Der vierte Monat ist der April. Der fünfte Monat ist der Mai. Der sechste Monat ist der Juni. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Januar, Februar, März. April, Mai und Juni. Der siebte Monat ist der Juli. Der siebte Monat ist der Juli. Der achte Monat ist der August. Der neunte Monat ist der September. Der zehnte Monat ist der Oktober. Der zehnte Monat ist der Oktober. Der elfte Monat ist der November. Der elfte Monat ist der November. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Zwölf Monate sind ein Jahr. Zwölf Monate sind ein Jahr. Juli, August, September. Oktober, November und Dezember. Oktober, November und Dezember.